Weiß hier vielleicht noch irgendwas? Kleinungsbedingungslos, wenn man ein Engel geworden ist. Bedeutungslos, wenn man ein Engel geworden ist, fühlt man die Hitze und quält nicht mehr. Was weiß ich für ein Ding? Wahrscheinlich Datenbank der Stadt zu sein. Wissen Sie, wie die funktioniert? Mal sehen... Ich hab's. Wir können Daten von den Terminalen abrufen. Äh... Wie wie geschwört der Raskarlon? Der Raskarlon wird durch das Kraftfeld des ewigen Schwerts geschützt. Mit dieses Kraftfeld aufgehoben, so löst sich der Raskarlon aus der Anziehungskraft des Planeten und wird durch das All driften wie ein Komet. Dann das komische Protokoll. Die Welt wurde gezahlt, damit der Verbrauch des Mana auf ein minimum reduziert werden konnte und um die Versorgung der Welt und des göttlichen Keims mit Mana sicherzustellen. Die neuen Targeister sollen außerdem die Mana-Connex bewachen und den Fluss des Manas begrenzen, nur durch das aufblühende Welt verhindert würde. Das aufblühende Welt führt zur Entwicklung von Magiktechnologie, die wiederum zu sinnlosen Kriegen führt. Ja, das war ja das Hauptproblem damals im... Äh... ...Karlon-Krieg, mehr oder weniger. Als Yggdrasil ein Fakt mit Orang ging, bekam er das magische Schwert. Die Macht des Schwerts kann Zeit und Raum kontrollieren. Man sagt, es sei die Quelle der Kraft von Yggdrasil. Yggdrasil konnte mit der Kraft des ewigen Schwerts die Welt spalten. Gegen dieses Schwert verloren, so nehmen Yggdrasils Kraft ab. Und auch... ...Milgeir... ...würde dem Untergang entgegengesehen. Das... ...benebelt einem wirklich das Gehirn. Wir haben wirklich sehr wertvolle Informationen erhalten. Leute, wir sollten uns hier nicht länger aufhalten. Wollen wir uns hier rauszukommen? Naja... ...wollen wir uns? Wir können. Was ist das für ein Ding? Was ist das? Sieht aus wie ein Informationsterminal. Es ist nutzlos. Es funktioniert nicht. Echt. Oder vielleicht ja doch. Ja. Es funktioniert. Das ist unsere Süße Kalletz. Ich bin froh, dass ich nichts gemacht habe. Ein Aufzug, der zur Urfläche führt, befindet sich im Zentrum. Da diese gewartet wird, bürzen Sie bitte den Notausgang im Hinterbereich des Plan-Distrikts. Okay. Lass uns den Notausgang benutzen. Äh, ist nur die Frage, wir kommen wieder hin. Egal nichts zu machen. Ja. Jetzt erst muss ich da auch genauer umsehen. Äh, ja. Okay. Das geht. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Ob wir wirklich so einfach da runterkommen? Zurück auf die Relle? Das sieht wie der Notausgang aus. Okay. Los. Bevor uns noch jemand entdeckt. Sie haben uns bereits entdeckt. Das sind sie. Ihr seid die, die vorgegeben haben, für Lord Gratis zu arbeiten. Es ist die Außerwählte. Die Außerwählte des Mana ist geflüchtet. Wir müssen von ihr verschwinden. Ich werde auf jeden Fall... Du bräuchst das.. Lord Gratis hier davon. Ver-verstanden. Okay, das sieht jetzt nicht... Aus wie die Oberfläche. Ich kann es nicht mehr auf die Bühne fahren. Ich weiß nicht, dass ich hier landet. Ich weiß nicht, dass ich hier landet. Ich weiß nicht, dass ich hier landet. Das wird ein Stückchen Kacke sein. Okay, fischen up my Serpents in New Lands. China kann Leute wiederbeleben. Also vielleicht war es vorhin doch kein Bock. Sondern einfach durch China. Das sonst ein bisschen komisch wirkt. Okay. Redemption still eludes me. Ah, mal für uns hier. Ich hab da Leute. Mal schauen was die macht. Oh Gott. Äh, für eine fischliche Verletzung. Ja, Mann. Grüß auch nicht. Okay. Wo muss ich lang? Ah, es wirkt sie wieder. Irgendes ist da ein Stützpunkt. Das sollte meine Forschung helfen. Ich hab diese Kisten, kann man zwar im Vögel sehen. Aber ich hätte mir die hier alle zerstört. Ich muss doch irgendwas finden, um den Mana-Ring zu erinnern. Ja. 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 Da ist das selten. Gehen gebe ich den? Was ist oder passiert? ich glaube ich gebe den zu seilers oder nein ich bleibe sie fast gleich ich sehe ja mal schauen wir haben uns die wahrscheinlich die gegner zu betäuben wird die stadt wird sein einzeln in ein einzelkampf davon zählt der kampf als einzeln kampf keine ahnung stellten zu das automatisch ein gewisse menge kampf hier wieder um weiß ich nicht ich gehe mal auf die münnst ich gehe mal auf die münnst ich gehe mal auf die münnst Was hat sich sowieso noch mal umtauschen hier? Einfach zu schauen, was sich noch alles gegeben hat durch die Änderungen. Da kann ich es so machen, das kann bleiben, das kann bleiben, das kann eigentlich auch bleiben. Das kann eigentlich auch bleiben. Ja, das kann ich es so machen. Okay. Keine Verbundsfähigkeiten. Da brauche ich auch die Bestgeist. Tempo. Ich kann es vorher noch gehen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Ich bin noch einmal verwirrt. Alles klar. Laserschwert. Wir können es nicht. Was willst du sagen? Zellos. Ist nicht für Zellos. Doch. Und das ist halt kein Breitschwert. Was ist das? Irgendeine Robe. Stimmt. Kann ich ja auch mal schauen. Ausrüstung. Ja. Ich ziehe hier ins Raum. Ist eigentlich doof. Die kann ich dir auf jeden Fall geben. Mit anderen habe ich eigentlich nichts Besseres. Da könnte noch die Sonnenplotze. Der schlechter ist für sie. Ja. Das ist die Beste. Ja. Okay. Vielleicht geht halt zur Kraft ein bisschen rumzünden. Jetzt haben wir eh nichts weiter. Ich denke das hier häufig mal übersehen. dass ich da vielleicht eins oder bessere Sachen dabei hätte Entschuldigung glaube ich für Leute eh nicht brauchbar Entschuldigung hätte ich ihn auch schon früher ausrüsten können Soll es passen Hier vielleicht noch irgendwas Die Haarnadel Ja sollte es passen Keine Ahnung sagt glaube ich brauche ich nichts Für die Theorie zumindest 50% Output should be sufficient Ready? Demonstration Deadly Destruction Beast Burn Power Seel Power Seel Look at him, kiddin' me Ready? Field Barrier Guardian Seel Devastation Don't bother me Ich könnte Rain mich vielleicht zu allen Entschuldigung Willst du eine Charge? Thunderblade Mount your weakness Devastation Dual Punishment Koran hat die Kraft der Wacht Oder auch nicht Okay sie hatten neue Rebundensfähigkeit Es bleibt bis jetzt Stromus gebracht Regina ist nicht Ja auch nicht so macht Das war eigentlich fast klar Belehem hat nichts gebracht Dann probieren wir es heute mit Belehem Entschuldigung Was habe ich jetzt noch mit Energie Manche Energie nicht zusammenbekommen trump carb Abd Gut Prenderstktóre courts dass journalists illed z Demonstration! Entstehend! Entstehend! Get him! Cyclone! Guardian seal! Devastation! Deadly distress! Guardian seal! Redaktiv! Thanks! Fire time! Devastation! Ground asher! Power seal! Power-Seal! Das war veröffentlich. Das war's für heute. Vielen Dank.